Nationalgefühl. Als Nationalgefühl bezeichnet man eine innere Einstellung, ein inneres Gefühl, zu einer Nation zu gehören, zu einem Staat gehören, zu einem Volk zu gehören. Nationalgefühl hat ursprünglich etwas Gutes. Menschen kümmern sich nicht nur um sich selbst und um ihre engeren Familie, sondern eben über den weiteren Kontext, das ganze Volk, den ganzen Stamm. Und idealerweise wäre das wiederum ein Teil der ganzen Kulturen, das wäre ein Teil der Menschheit und das wäre ein Teil des ganzen Planeten. Aber leider definiert sich Gruppenzugehörigkeit oft im Abkehr von anderen Gruppen und so ist das Nationalgefühl zur Ursache geworden von vielen Kriegen. Es wäre wünschenswert, das Nationalgefühl zu überwinden. Und vermutlich ist es harmloser, sich als Lipper zu fühlen, als Westfaler, als Schwabe und als Bayer und jedenfalls besser, als sich als Deutscher zu fühlen, der sich gegen Polen, Ungarn, Franzosen oder was auch immer abgrenzen müsste. Es wäre hilfreich, wenn die Nation einen Wert verlieren würde, die kleineren und die größeren Einheiten der Zugehörigkeit aber wichtiger wären. Vielen Dank. Vielen Dank.